Das hier ist der Geisterarmee. Ja, Morro Døre. Das hier ist einer der beiden Sektoren, Spezialsektoren. Der zweite. Also, wir haben ja zwei. Das ist einmal der hier. Ja, jetzt hat er uns definitiv... Aber weitere Forschung werden wir nicht überlassen. Also, die Gewaltmarsch und die Geologie, die holen wir uns auf jeden Fall. Ah, welchen Sektor bräuchten wir als nächstes? Kohle wäre nicht schlecht. Gold und Eisen wäre auch nicht schlecht. Also, erstmal Kohle. Oder? Oh. Oder? Oder? So, dann schicken wir die gleich schon mal los. Wir schließen hier zwei Bierbrauer an schon mal. So, Schlacht gewonnen. Also ja, Quelle der Weisheit werden wir eben nicht mehr wegnehmen können. Sonnenkönig werden wir wegnehmen können. Okay, Imperator, da werden wir uns mit beiden drum prügeln müssen. Was gibt es in dem Sektor? Ah, Eisen. Okay. Gut, für die Brauereien ist auch alles soweit. Klar. Tja, den Sektor brauchen wir dann auch dringend. Eure Truppen haben einen Außenposten eingenommen. An dich schließe ich eine Werkzeugmacherei an. Gibt ja auch einfache Verpflegung. Oh, wir müssen jetzt langsam mal Bäckereien errichten. Den Weizen kriegen wir jetzt hier mehr als genug. Also Mehl. Gut, ein Prestigepunkt mehr. Ab in den Ausbau damit. Haben wir auch schon Bier? Bier, ja. Also ja, ich guck grad. Wo ist der? Da ist wohl Wolverine. Okay. Der North Wolverine ist aber auch grad ein bisschen... Ah, hier ist der zweite Spezialsektor. Also ja, den hier sollten wir erobern können. Den wir auch den hier erobern. Lagerhäuser. Oh, Geologie will er mir wegnehmen. Gut, um Geologie können wir mit ihm rennen. Oh ja, nach Bedarf produzieren bitte. Oh, Geologie will erinner. Oh, Geologie will er. Geologie will er. Geologie will er. Oh, in der Schlacht haben wir... Ne, haben wir auch nur einen verloren. Ah ja, da wollte ich noch einen Holzfäller und einen Jäger errichten. Ihr erschließt neues Land, mein Freund? Großartig! Hervorragend! Ihr habt einen Siegpunkt errungen. Ich nehme lieber noch mal die Kohle und die Werkzeuge, oder? Oder soll ich... Holz und Stein habe ich gerade genug. Werkzeug wäre wichtiger erst mal. Und um mein Prestige zu steigern... Glückwunsch! Eure Geistlichen haben eine Technologie erforscht. Eine neue Technologie wurde von eurem Rivalen erforscht. Okay. Das heißt, ich kann die Geistlichen benutzen, um ein Territorium einzunehmen. Die ich jetzt noch habe. So kann ich mir einen Kampf sparen. Ja, und ich könnte freies Geleit mir hier besorgen. Dann könnte... Hätte ich den Vorteil, dass ich hier durchmarschieren könnte, aber Wolverine, beziehungsweise der Bischof nicht. Dann müsste ich nur noch an diesen beiden Punkten hier... Also zehn Geistliche, ne? Acht habe ich ja schon. Dann packe ich noch zwei gleich drauf. So. Hier kann ich auch noch gut Holz schlagen, denke ich. Oder auch nicht. Der Sektor hat Holz, oder? Ja, er hat Holz. Oh, ach so. Die habe ich pausiert. Äh, die sollte ich mal hinten pausieren. So, und sollte auch hier... Polemine errichten. So. Hier eine Eisenmine. Und eine Goldmine hier. Hier können wir die Eisenspätze gleich mit anschließen. So, und jetzt würde ich hier eigentlich nur... Holz... produzieren. Gut. Und ich habe nur noch sechs Geistliche, weil die... vier gezählt haben. So, also... Eher mit euch. Gut. Und in der nächsten Mission müssen wir dringend gucken, dass wir die Kirche... schnell hochziehen. Weil ab dann heißt es... wirklich das richtige Wettrennen mit dem Bischof... um die Forschungen. Oh. Ja gut, der Bischof und Wolverine werden um diesen Punkt sich ordentlich streiten. Wobei ich mich zugeben muss, dass es mich echt wundert, dass Wolverine gerade so Arschlarm ist. So, jetzt haben wir den Prestige. Na, das ist nicht so, sondern... So, mal gucken, was haben wir da? Blumptöpfe, das komische Protest, ein Garten, eine Sonnenuhr, eine Engelsstatue... Oh, so eine Ritterstatue. So, und damit haben wir einen Siegpunkt. Können jetzt... Ausbauten machen. Haben keine Steine mehr. Das heißt, wir müssen den Steinsektor hier... erobern, sollten wir. Ich will aber auch den Sektor haben, weil es da noch Gold gibt. Ja, Metropole, da schlagen sich Wolverine und der Bischof gerade drüber. Äh, drüber. Nicht drüber. So, und wir können Gebäude ausbauen. Nutzen wir das nochmal, um die hier auszubauen. Ja, ja. Ich weiß, dass wir Bevölkerungsprobleme haben. Also ziehen wir die mal ganz nach vorne. Also als nächstes hätte ich gern das Prestige für den Geologen. Also brauchen wir zwei Prestigestufen. Ja, gucken wir mal die Logistik um, Ringe zu produzieren. Brauchen wir Gold und Eisen. So, äh, haben wir die Geistlichen? Nein, es fehlen noch zwei Geistliche. Neu, der Ausbau fertig. Sehr schön. Also die Seite sichern wir uns schon mal. Das heißt, die beiden Sektoren können wir in aller Ruhe erobern.